Wer hat Odins Sohn auf dem Gewissen? Okay, wir gucken nach. Zweite Prüfung. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Der Bruch. Du bist so weit gekommen. Aber der Bruch ist verletzt. Es gibt keine Chance, dass du ihn verletzt kannst. Was machst du jetzt, Simon? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was sieht? Steine. Nicht so, sieh. Du bist so, sieh. Du bist so, sieh. Du bist so, sieh. Okay. Fokus. Fokus. Fokus auf dem Marsch. Wo sind wir? Was ist das? Es ist das gleiche. Es ist eine andere Welt. Jetzt können wir auch durch die... Okay. Okay. Okay, ich verstehe. Wir müssen außen rum und die andere... Brücke umklappen. Die Stimmen begleiten uns. Die Tür verschlossen. Etwas Geschichte. The Northmen tell this story about the death of Baldr. It begins with dark dreams. Night after night, Baldr dreams of his own death. And the gods fear for his life. So Baldr's mother makes everything in the world. Fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldr's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not unused. Okay. Eine mächtige Gegnerin. Dillian is in there. Don't forget. You can feel it. You need the rules to fight. Dillian. You need Dillian. Okay. We need Dillian. He's waiting for you. He's waiting for you. He said he's waiting for you. He's close. He cares about you. You can fear. He's close. He loves you. And probably that door is completely closed. Thank you. Open the game. It's locked. Try harder. Try harder. She's coming. She's coming. She will. She will. She will. Okay. Dann müssen wir wohl nochmal durch die Maske schauen. Jetzt ist es offen. Und es ist wieder am regnen. Go through it. It's dangerous. Follow it. What's behind the gate? Where will it take you? It's not safe. Wir werden es herausfinden, dass er hinter sein wird. Dillian. There he is. Yes. What are you waiting? Find a way. Find him. Go through him. Dillian. Don't lose him. Dillian. There he is. There he is. Ja, ich behal mich ja schon. Lass mich kurz umgucken. Where is he? Where is he gone? We're in the wrong world. He's not. She's in the wrong world. He's not in this world. He's not in this world. He's not in this world. He's in the other one. He's in the dark world. The dark world. The dark world. The dark world. The world once seemed so simple. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senu explored new paths into the unknown. Do you remember him whispering in your ear? Why are you that? Are you reminded me of how to hear it? You can't go up there. Not in this world. You can't. Do you remember the smell of this man? Okay, wir müssen das Rätsel lösen, um in der dunklen Welt durch das Tor zu gehen. Wo ist die Rune? Das Licht! Der Feuergeschichte. Alles was ihn verletzen kann ist ein Mistelzweig. Das ist alles? Zurück in der dunklen Welt. Und öffne dich. Er ist da oben. Aber wie kommt man da oben? Hier ist alles zerstört. Loki machte a dart out of Mistelzweig. Und geht es zu den Gods, als sie das auf Balder zieht. Der Blind God, Huth, war da. Loki fragt ihn, warum er nicht in Polen ist. Huth sagt, Ich kann nicht sehen, wo Balder steht. Und wenn ich ihn nicht sehen kann, ich habe keinen Weapon. Loki fragt, Hier ist ein Wand. Ich werde dir sagen, wo er steht. Und Huth throws die Mistelzweig an Balder. Es pierst durch ihn. Und zu allen's Horror, Balder ist getötet. Und für das, Huth ist slain. Und Loki hat wieder alle gegeneinander aufgebracht. Wie kommen wir da jetzt hoch? Wir müssen das Puzzle zusammensetzen. Ich verstehe. Und zwar wieder. Ich verstehe. 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 Und wieder verschwindet er. Die Norden erzählen, wie die Gottes gebrannten Balder. Der Körper war auf dem Land zu bauen, Aber sie konnten nicht mehr so schnell es in den Meer, und sie sind für eine Giantesse zu tun. Sie kommt mit einem Wolf, und hat Vipers für ihre Reins. Sie pushen Baldur's ship in den Meer mit so viel Kraft, dass die Gräuung shakes, und die Roller burst into flames. Wenn Baldur's wife sees his body carried onto den ship, her heart bursts mit Grief, und sie dies. Sie ist nahe zu ihrem Mann, und die Pyrrhe ist aufgetreten, die die totale zu hell. Aber sogar so, dass die Götter nicht seine Tod akzeptieren können. Und wo wurde er dann hingebracht? Wohin wurde seine Seele geschickt, wenn die Götter seinen Tod nicht anerkennen? Drei Runen. Years had passed since she left her father. She trained hard, alongside her friend. Drei. She saw things no one else could. Patterns. Shapes. Movement. An intuition that made her an exceptional warrior. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go. And she was caught between two worlds. That of Zinbel and her past. Was it worth it? And Dillion. A future. Two realities tearing at her soul. A future. A future. A future. Tis. 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 Dillion steht da hinten. Wieso steht er da? Worauf wartet er? Es ist falsch rum. Müssen wir außen rum? Oder ist das Tor verschlossen? Es ist verschlossen. Er hat sich nicht glaubt, dass sie verletzt wurde. Er hat dich nicht geglaubt, dass sie verletzt wurde. Er hat dich geschaut, als alle anderen ihre Begriffe verletzten. Wenn wir durch die Maske wieder gucken. Das ist wieder geöffnet. Wir müssen erst alle Tore öffnen, bevor wir... Aber das funktioniert nicht. Er ist komplett außen rum. Er ist alles so verzweigt. Und immer wieder hören wir Stimmen, die sagen wir uns schuldig. Was ist das? 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 Was geht? Was ist das? Was ist das? Da ist jemals los, oder? Wollt ihr einen Ortizett sein? Du hast nicht wie ich es nicht verletzt... Du hast nicht verletzt. Du sehen runes nicht mehr überall. Die Welt will weep for him. He shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Baldur stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur. Weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal. Everything. Except for a giantess they found in a cave. Baldur was never my friend. She says, let hell keep what she has. The northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. All weinten. Bis auf eine riesen. Do you remember what love feels like? You let's the horn her. Wir kommen Dylann immer näher. Doch immer wenn wir auf ihn zugehen, entfernt er sich immer weiter. Er kann uns hören? Ist das wirklich? Wer steht da immer noch? Den ausgebreiteten Augen. Was? Er ist gesprungen? Sinoa. Ihr Vater kann nicht verstehen, dass du die Schmerzen kannst. Er kann nicht sehen durch deine Augen. Keiner kann. Mein Vater war blind. Er hat nicht die schlimmste Idee, was die Nacht sieht. Die Worte schmerzen hier ein wenig als die Worte. Er ist das Licht. Also, wenn jemand Angst ist, dass die Schmerzen sind, dann müssen wir sie schützen, indem wir sie wegnehmen. Aber du, die schönste Welt ist. Du, und nur du, kannst dich sehen, um dich zu retten von deinen Nachtmahnen zu verhindern. Oder ist das der Preis, den du geholfen hast? Ein geholfen, der dich so speziell macht in meinem Leben. Nur eine andere Teil der Person, die ich liebe. Ist das Dylan? Sind wir abgehauen in die Wildnis, aber er hat versucht uns zu folgen? Und ist dabei gestorben? Oder wurde er vielleicht von unserem Vater getötet? Weil er herausgefunden hat, wer Dylan ist. So viele Fragen. Und keine Antwort. Okay, dann Prüfung Nummer 3. Odin, zeig uns, was du noch hast.